und das waren meine unzähligen pros die begründen weshalb stalker shadow of chernobyl der beste teil der triologie ist aber man kann keine rüstungen reparieren kann man doch das magische wort um seinen durchlöcherten schutzanzug oder kevlar weste zu reparieren heißt hier glitch abuse verwendet man nämlich vier oder fünf bestimmte artefakte und erreicht damit mehr als 100 prozent anomalien schutz tritt in meinen augen ein arithmetischer überlauf ein man wird nun nicht mehr von den tödlichen fallen verletzt und die rüstung wird nicht mehr beschädigt sondern das gegenteil passiert man wird geheilt und peu a peu repariert sich die rüstung hoch die dafür verfügbaren artefakte sind folgende als erstes die batterie welche euch in elektroanomalien unsterblich macht danach kommt noch einmal eine batterie eigentlich sollte sie muschel heißen oder shell im englischen diese heilt euch in lagerfeuern und brenner anomalie die schwer auszusprechende pelical oder pellicula im deutschen macht euch unbesiegbar gegen säure anomalien und zu guter letzt könnt ihr den gravitations anomalien trotzen und fallschaden negieren mit der sprungfeder doch für welches artefakt sollte man sie unter den vier kandidaten denn entscheiden denn diese vier artefakte sind äußerst selten in der zone von stalker chad of chernobyl vorhanden pelical ist am seltensten in der zone vertreten weshalb sich diese ätzende option am schwierigsten gestaltet aber auch dann wenn man mindestens vier stück gesammelt hat hat man das problem dass säure anomalien sehr sehr wenig in der zone vertreten sind noch seltener auf der oberfläche meine bevorzugte reparatur werkstatt würde sich im osten des weltgebietes befinden in dem garagenkomplex wo ihr die mika findet diesen ort würde ich als einigermaßen zentral bezeichnen und alle anderen galat anomalien befinden sich im akupromer untergrund oder in x18 dieser fakt dass sich nur eine galat anomalie an der oberfläche befindet habe ich mit einen schönen mai mai umgesetzt wollt ihr trotzdem noch eure rüstung reparieren mit pelicals gibt es folgende orte wo er dieses artefakt findet im eingestürzten tunnel des wildgebietes in dem gordon freemans leichname liegt in einem versteck in janta nördlich der wissenschaftlerbasis und der gute sakharov vergibt euch eine repetitive quest dass man ihm einen feuerball gibt und im gegenzug erhält man ein pelical vorher muss man ihm jedoch eine qualle und ein gravid geben damit man diesen wichtigen auftrag bekommt neben den zwei natürlich erhältlichen artefakten im wildgebiet und im versteck in janta musste ich sakharov sechs artefakte insgesamt abgeben um zwei pelicals zu erhalten zu dieser variante des glitch abuses sei noch gesagt dass man keine leben regeneriert mit mehr als 100 prozent säure schutz dadurch wird die pelical ein wenig abgewertet denn mit allen drei anderen artefakten kann man sich gratis heilen nun folgt die wahrscheinlich einfachste variante den glitch abuse zu betreiben und das ist mit der batterie man findet sie im nordosten der müllhalde zwischen zwei anomalien kurz bevor es zum dunklen tal geht und im großen sumpf des akro proms befindet sich ein weiteres loses artefakt danach könnt ihr euch in die bar begeben wo ihr im loner bunker mit jäger sprechen müsst erfüllt seinen kleinen auftrag im wildgebiet sein familiengewehr befindet sich in einem container im eingestürzten tunnel nur wenige meter von dem pelical entfernt diese quest mit dem familiengewehr scheitert die möglichkeit frei unbegrenzt im armeelager ein blutsaugernest nahe des wasserturms zu zerstören als belohnung gibt es jedes mal eine batterie von jäger diesen auftrag habe ich zweimal abgeschlossen und konnte so mit den zwei in der freien wildbahn gefundenen batterien meine rüstungen vor dem betreten von janta wieder zusammenflicken in janta selbst gibt es noch in einem versteck dieses elektro artefakt und des weiteren befindet sich im westen des rodenwaldes eine batterie in einem trio von seltenen artefakten jedoch hat mich seit meinem letzten run eine andere konstellation überzeugen können und die batterie vom thron stoßen können ich bin ein großer freund der muschel obwohl man sie etwas schwieriger als die batterie bekommt lagerfeuer sind nämlich ähnlich so häufig vertreten wie in dark souls muss ich mich mit meinen batterien entweder im süden des blutsauger dorfes elektrisieren oder im norden des wildgebietes habe ich nun in der bar eine reparaturwerkstatt die muschel wartet auf euch auf dem nördlichen müllberg der müllhalde dort ist sie relativ schwierig zu finden wegen des radioaktiven schwarz weiß filters in einem versteckten versteck im wildgebiet gibt es die muschel dort müsst ihr in das radioaktiv versuchte haus rein klettern welches vernagelt wurde in einem versteck in janta gibt es eine muschel bei einem hunde lager im norden des armeelagers gibt es eine zweite natürliche muschel der gute lukash vergibt im armeelager den auftrag töte den wächterkommandant als teil des seltenen artefakte trios im roten wald gibt es eine muschel und zu guter letzt versteckt sich eine im kindergarten in pripjad und zu guter letzt gibt es noch die sprung fehler von der ich erst vor kurzem erfahren habe dass man mit ihr auch den glitch abuse machen kann in ihrer beschreibung steht nämlich nur was von plus 30 aufprall weshalb ich eher von einem physischen schutz ausging gegen mutanten oder zum beispiel stalkern mit feuerwaffen aber nein man wird resistent gegenüber gravitations anomalien welche aus vortex sprungbrett und karussell bestehen ich empfehle euch hierbei die sprungbretter auszusuchen weil sie wesentlich schneller eure rüstung reparieren und so bekommt man mindestens vier sprungfedern im dunklen tal im osten befindet sich neben kleinen goodies eine sprungfeder in einer metallbox lose öffnet und schließt sie sich oben auf dem wasserturm des blutsauger dorfes im armeelager der freiheitsanführer lukash vergibt das artefakt als belohnung bei töte die vogelscheuche in einem versteck in janta findet ihr eine sprungfeder als teil des seltenen artefakt trios des roten walds befindet sich eine auf dem boden und in pripjats kulturpalast aka dem monolitha hauptquartier befindet sie sich in der nähe der antenne eine reparaturwerkstatt um die sprungfeder effektiv einsetzen zu können wäre in meinen augen der süden des armeelagers dort gibt es in der nähe der farm ein paar sprungbretter welche euch gut die rüstung reparieren doch welches dieser vier artefakte repariert eure rüstung nun am schnellsten platz vier belegt leider die sprungfeder durchschnittlich hat es gut eine stunde gedauert dass die vortex meine rüstung repariert hat mit 44 minuten und 12 sekunden war das karussell am zweitschlechtesten weil auch die anomalie auslöse zeit genau wie bei der vortex länger ist als bei anderen anomalien mit einer deutlichen zeitersparnis kommt das sprungbrett auf den fünften platz und den ersten unter den gravitations anomalien gut zwölfeinhalb minuten dauert hierbei eine reparatur auf platz drei landet die muschel welche noch mal einen guten vorsprung hat im vergleich zur sprungfeder gut sieben minuten musste ich in einem lagerfeuer verbrennen ehe meine rüstung wieder niegelnagel neu war einen ticken schneller ging es in den brenner anomalien mit mehr aufwand ich musste hier nicht eidermäß herumstehen sondern ich musste mich hin und her bewegen und die brenner anomalien auslösen mit zwei brenner anomalien dauert es ungefähr sechs minuten und 40 sekunden platz zwei ging an die anomalie welche einen ähnlichen farbton hat wie die silbermedaille die rede ist natürlich von der batterie und den elektro anomalie mit hilfe von mindestens vier batterien musst du nur fünf minuten und 50 sekunden verstreichen lassen ehe ihr wieder einen factory new sunrise anzug auf euren körper spürt überraschend war für mich der erste platz den die galat anomalie für sich beansprucht hat innerhalb von dreieinhalb minuten ist eure rüsi wieder tipptopp und gleicht damit ganz gut aus dass die pelika schwer zu bekommen sind für alle diejenigen die weniger zeit zum warten haben um eure rüstung zu reparieren kann ich euch sagen es lohnt sich noch ein fünftes artefakt neben den vielen aufzusammeln ich konnte nämlich beobachten dass wenn man fünf artefakte verwendet und den glitch abuse ausnutzt dass sich die reparaturzeit um 60 prozent verringert bei dem sprungbrett zum beispiel mit der sprungfeder kann man bei vier artefakten auf eine reparaturzeit von 12,6 minuten mit fünf artefakten war ich nur bei fünf minuten aufgerundet am ende gibt es noch mein geheim geheim tipp wie am allerschnellsten eure rüsi reparieren könnt nehmt dafür fünf muscheln mit und begebt euch in den eingestürzten tunnel in der freiheit der basis des armeelagers dort befinden sich nämlich fünf brenner anomalien welche euch ermöglichen dass ihr blitzschnell die eine nach der anderen brenner anomalie auslösen könnt so konnte ich meine rüstung von 0 prozent auf 100 prozent innerhalb von nur 1,2 minuten reparieren und das ist schon ziemlich genial das war ein kleiner guide zum reparieren von anzügen in stalker shadow of chernobyl viel spaß beim glitch abuse und dem reparieren eurer rüstung so